Ich kann noch nicht laufen, schau mal! Da hat noch die Nabelschnur unten drin. Buh, um die vielen Flüge. Scheissdreck! Komm, ich kann euch sagen. Ja komm, ich kann euch sagen. Buh! Ja komm, ich kann euch sagen. Das ist jetzt eben eine Kamera. Ja, das ist das Handy. Schau mal! Juuu! Das können wir dann auch sehen. Aber ich präsentiere sie jetzt von der Gelegenheit. Sie werden nachher diese Blocken nicht mehr so nah abheben. Sie dürfen sie sich auch anladen und mal berühren. Die sind jetzt wunderbar schön aufgereicht. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Sobald es dann los geht, wir merken, dass den Händern, wenn dann die Türen nach oben gehen, zeigen Sie jetzt nach dem Tatschen, solange es dann noch nicht passiert. Die Tropfen werden dann abgelöst und wir ziehen in andere Tropfen. Wenn Sie dann das Gefühl haben, gehen Sie jetzt nach oben. Das ist dann nicht so zu sehen. Das können Sie auch nach oben kommen. Das ist unbefassbar. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Ich erkläre dann noch etwas Näheres zum Ableifen in die Rotenziel. Okay. Ja, das sind jetzt also die Orchesterkühe. Keine Ahnung. Vielleicht, wie sind die Proben gegangen heute Morgen? Ah ok. Ja, da gibt es schon frische Milch. Jetzt kommen die ersten Glocken. Dann kommen weitere. Wir müssen Sie ein bisschen versetzen, sonst haben Sie nicht Platz. Ja, gerne. Sollst du es dir halten? Nein. 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 Ich habe gedacht, dass man es jetzt trinken und kommt viel zu spät. Ja, genau. Das Konzert gestern gefallen? Ja. Ja. Ok. Ja, da ist etwas anders drauf. Die redet nicht. Stiftig Burenheimat. Brotkorb. Burenheimat. Ist das die erste Geige? Die zweite. Ja, die ist schon da. Ah, die ist schon da. Ok. Au ja, die ist schon da. Nummer 10, komm. Die Nummer 10. Wir gehen mit den Bürgersperren. Ja, ist doch gut. Ist gut? Ja. Ein bisschen Lampenfieber. Ja, ja, genau. Das ist jetzt, das ist Nummer 10. Die haben wir gerade vorhin gesehen. 10. Ja, das ist die 6. Die 14. Ja, super. Ich mach's auch so. Ja. Die professionellen Zetabika-Studies. Alle haben schon abgelassen. Und du machst den Anfang? Ja, genau. Super. Cool. Schön. Schön. Ja, für alle. Super Projekt. Du machst die schnellen Sachen, gell? Ich glaube, ich habe schon ein Video von dir gesehen. Kann das sein? Du machst so eine schnelle, rhythmische... Rhythmische... Ist das nicht du? Ja, kann sein. Ja, so ein bisschen. Ist sehr cool gewesen. Jetzt hast du schon einmal üben, oder was? Gestern? Nein, vorher. Du hast schon einmal... Du hast schon einmal... Ja, genau. Die Flitze gleich ist, ja. Super. Es sieht schön aus. Wir freuen uns. Ja, die Konzertbesucher kommen jetzt auch vom Champagner und nehmen langsam ihre Plätze ein oder sowas. Gut, ja. Das geht gut. Sehr gut. Die Flitze ist gut. Die Flitze ist gut. Es sieht gut aus. Musik 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 Hey, schau mal an! Schau mal an! Hey! Schau mal an! Hey! Der ist doch besser! Ja, eben! Ah! Ah, geil! Ja, super! Ja, super! Jetzt bist du dran! Wow! Wow! Look now! Let's have it! Super! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Hey! Oh! 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 Schau mal an! 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 Oh! 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 Tschüss.